Wollten Sie immer schon mal wissen, wie Thomas Sattelberger, Ex-Telekom-Vorstand, vom Kommunisten zum Liberalen wurde? Dann hören Sie rein, er hat es mir verraten. Also zuerst war ich anti-autoritär. Ich habe mit Joschka Fischer zusammen, unserem späteren Außenminister, auch Stuttgarter, auch Schwabe, mit dem habe ich die unabhängige Schülergemeinschaft Stuttgart aufgebaut, gegen Pressezensur für mehr Mitbestimmung an den Schulen, gegen Notstandsgesetze und gegen den Vietnamkrieg. Also die Themen, die sozusagen für eine aufrührerische Generation in der Luft lagen. Dann ging Joschka nach Frankfurt. Ich habe sozusagen die USG, die unabhängige Schülergemeinschaft, weitergeführt. Ich habe irgendwann mal gehört, dass es da in Tübingen an der Uni die revolutionäre Juge gibt. Marxisten, Leninisten. Habe mit denen Kontakt aufgenommen und habe dann eigentlich die maoistische Gruppierung in Stuttgart aufgebaut. Und Sie waren auch richtig überzeugt davon? Also erstens, ich habe die ganzen Mao Zedong-Bücher nie gelesen. Ich habe die politische Ökonomie von Marx ungelesen noch zu Hause stehen. Wenn du da als 17-Jähriger links bist, dann hast du ja ein Bild von der Welt vor dir. Da hast du aber keine Lust, 300 Seiten große Wälzer zu lesen. Also insofern überzeugt davon, dass wir eine andere Gesellschaft brauchen. Überzeugt davon, dass es eine Gesellschaft sein muss, in der es mehr Freiheit gibt. Dann natürlich war für uns China ein Land der Freiheit, Kulturrevolution. Wir wussten ja nicht, dass da Millionen Menschen gestorben sind, sondern das war im Grunde Bewegung, Transformation. Und da haben viele junge Menschen emotional darauf reagiert. Aber Joschka Fischer, so habe ich das zumindest gelesen, war am Ende auch dafür verantwortlich, weil Sie immer Kontakt zu ihm gehalten haben, dass Sie hinterher aus dieser ganz linken Bewegung rausgeschmissen wurden. Stimmt das so? Ja, ich bin natürlich, ich war immer, ich habe immer freiheitlich gedacht. Und wenn Sie so in einer maoistischen Organisation sind, dann müssen Sie zweimal die Woche, zwei Stunden abends Mao Zedong lesen. Und das sind ja nicht unbedingt die intellektuellsten Sprüche. Im Roten Buch. Und irgendwann wurde mir das zu viel. Und ich habe gesagt, ich muss mal mit Joschka das Thema diskutieren. Bin nach Frankfurt. Und der hat mir richtig die Leviten gelesen. Er sagt, du bist ein Arschloch. Was spinnst du eigentlich, dich mit sowas einzulassen? Das ist doch überhaupt nicht geistig befruchtend in irgendeiner Art und Weise. Und ich kam zurück. Und einer meiner damaligen Genossen hat mich angezeigt bei der Führung der Revolutionären Jugend oder des Kommunistischen Arbeiterbundes. Weil ich Kontakt mit dem Klassenfeind hatte. Und der Klassenfeind war Joschka Fischer. Und dann war bei mir Matthäus am letzten. Und dann war es noch nicht so. Und dann war es noch nicht so. Und dann war es noch nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020